Hallo ihr Lieben und Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Shift Happens. Wer gerade gefragt hat, du oder ich, das ist der liebe Max. Mit dem spielen wir zusammen. Vielen Dank. Der wirft mich auch schon weiter. Der ist sehr ungeduldig, der liebe Mann, der liebe Kerl. Das stimmt gar nicht. Oh, da kommen wir gar nicht hoch. Schau. Mach deine Anmoderation zu Ende. Genau, wir spielen das super Spiel Shift Happens. Ist auf Steam erhältlich, ist ein Early Access Spiel. Warum es manchmal auch ein bisschen, wie soll man denn sagen? Nicht optimal läuft in gewissen Situationen. Ja, also wenn man mal auf sein Video guckt, ist es oft mal ein bisschen anders wie auf meinem. Aber was ich auch sehr lustig finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Das stimmt. Ah, schau mal, da ist ein Zuckerwürfel. Ja, den habe ich schon entdeckt. Ich nicht. Aber ich glaube, wir müssen erstmal den Block runterschieben. Ja. Gemeinsam. Gemeinsam sind wir stark. Blub. So. Jetzt musst du mich da hoch. Ach, ich habe dich hochgenommen. Ja. Wirf mich mal hoch und dann geht das nämlich runter. Siehst du? Nein. Ich habe gedacht, das reicht vom Sprung. Ah, okay. Du musst aber schnell wieder flitze Kacke rüber. Oder ich muss... Ah, nee. Warte, ich schaffe es, dass du da oben bleibst. Ich muss mich wieder beleben. Ja. Also. Nochmal. Okay, wenn du dick bist, geht es verdammt schnell runter. Also, ich springe jetzt... Jetzt ist, glaube ich, viel besser, wenn ich klein bin. Nee, dann kann ich es besser steuern, wenn du... Dass du mich... Äh, wenn ich klein bin. Ja, okay. Ich schüpfe. Die ganze Zeit. Nein! Nein! Scheiße! Du hast dich absaufen lassen. Hatte ich noch gesagt, ich kann es besser steuern? Das ist so ein böser Mensch. Warte. Jetzt kann ich aber nichts dafür. Nee, das Problem ist, ich komme nicht rüber, wenn ich groß bin. Ach so. Ich muss mich dann klein machen. Ja, aber dann kannst du dich klein machen. Ja, also nochmal. Ganz am Anfang gleich einen Zuckerwürfel hatten wir auch noch nie. Nein! Du musst... Du musst schauen, dass du es irgendwie noch ein bisschen an der Wasseroberfläche hältst. Okay. Also, zack. Entschuldige, ich muss... Okay, jetzt weiß ich es, wenn ich rüberspringe, muss ich mich sofort klein machen, weil wenn ich schwer bin, dann kannst du mich nicht halten. Warte mal, Ode, wir probieren es einfach, ich schaue einfach, dass ich es schaffe mit groß. Jetzt bin ich zu blöd zum Springen, ey, es ist unfassbar. Boah, Alter, ich bin mal echt froh, dass es nicht nur immer mich betrifft. Juhu! Ähm, meine Vermutung ist ehrlich gesagt, dass du mich darüber werfen musst. Nein, wir müssen uns doch da runter. Geh mal runter. Oder bleib... Ja, genau. Was die... Ey! Was denn? Nix. Was? Ich hab mir grad nur gedacht, das war so ein Glücksgedanke. War es ein Glücksgedanke, dass du es können? Bitte. Nein! Was ist los in der Folge mit mir? Da Plom. Plom am Abgrund des Wahnsinns. So, jetzt. Komm rüber. Geronimo! Seht ihr das, wie die Megide Folge in die Arme springt? Ja. Ich kann nicht anders. So, zack. Ich glaub, du musst dich dick. Machen. Sonst, du säufst ab. Ich verspreche es dir. Ah ja. So. Zack. Was ist denn? Uuh! Es geht runter. Ich hab's grad noch gecheckt. Erst paar Münzen einsammeln. Okay, ähm. Warte mal. Ich schau mal, wie tief das runter geht. Okay. Ja, so, dass du stirbst. Wir müssen. Komm rüber. Oh, scheiße. Ich wollte hüpfen, dich aufnehmen und dann hochwerfen. Wollen, ja. Das machen wir auch so. Du springst. Spring rüber. Und jetzt nimm mich. Und hoch. Oh, oh, oh. Du bist echt, da sind wir noch schwerer. Ja, natürlich sind wir noch schwerer. Okay. Du wirst eh sterben, wenn du mich da hochwirfst. Jetzt sind wir beide zu uns. Bop, 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 bop. Oh. Peach ist ab und lauf. Ja, wenn du es dir zutraust, probier es rüber und gleich hoch. Okay. Ich muss von da starten. Oh, Mann. An alle, die sich jetzt denken, das ist echt von der Steuerung her teilweise relativ komplex. Also, ich habe vorher schon zu Max gesagt, das ist mein großes Problem, dass ich immer noch so krass auf WASD bin. Wie das klingt. Ja, okay. Ja, das Problem ist, dass du nur mit den Pfeilen und mit E eigentlich arbeitest. Und Q. E und Q. Und das ist das, was immer so mein... Also, so läuft das nicht. Wenn ich rüberspringen, musst du mit... Also, auch rüberspringen. Ups. Und musst du mir dann quasi in die Arme springen. Oh, okay. Ich dachte, bei klein bleibe ich da. Wir springen jetzt gleichzeitig rüber. Und dann nehme ich dich hoch und schmeiß dich hoch. Drei, zwei, eins, go. Was ist das jetzt? Scheiße, Mann. Okay. Achso. Wir haben, glaube ich, alle Herzen verloren, oder? Ganz ehrlich, hatten wir nicht eigentlich in der letzten Folge gesagt, wir wollen durchrushen? Stimmt. Scheiße, ja. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, dann machen wir das jetzt. Das war ja jetzt mehr als geil. Was? Drei, zwei, eins. Bzzz. Oh, Mann. Oh. Danke. Aber fast hätte ich es geschafft. Soll ich dir was sagen? Was denn? Wenn wir zusammen sterben, geht unten... Deswegen sind da auch die Herzen. Ah. Ja. Deswegen sind wir gerade gestorben und mussten von vorne anfangen. Okay. So, jetzt laufen wir mal hier wirklich durch. Oh. Oh, oder doch. Es muss schon gehen, ne? Ja. Hä? Bin ich jetzt blöd, oder was? Weil es bei dir jetzt besser läuft, ne? Das wäre jetzt der Oberwitz gewesen, wenn das jetzt umgekippt wäre. Einfach mal ein dicker Mops dagegen. Ich wollte dich jetzt da drüber werfen. Achso, das kann man auch. Achso, aber dann. Warte mal, nochmal. Geht nicht. Achso. Hä? Von wegen durchrushen. Ja, aber normalerweise... läuft das so. Oder ich muss dich... Oder... Hüpf mal. Oder? Ja. Nee, hüpf mal und wirf mich. Das habe ich ja vorhin schon mal probiert. Achso. Ich, dass das jetzt... Also, ich will es jetzt nicht schon wieder aussprechen, aber... Dass das ein Bug ist, dass das jetzt nicht umkippt. Oh, das hat bis jetzt immer so funktioniert. Mach mal kurz Neustart. Wir laufen einfach kurz bis hier nochmal her. noch mal, wir hätten uns auch einfach töten lassen können. Ja, das interessiert mich jetzt einfach... hoch. Hoch. Oh, halt das. Unfassbar, diese Frau. Es ist unfassbar. Weißt du, ich mache nämlich alles mit Fleiß. Mit welcher Kratz hier sie uns beide ins Weiß. Ey, das schafft nicht jeder. Ach komm. Alter. Weißt du, was das Schlimme ist? Wir dürfen jetzt nicht einmal zusammen sterben. Warum? Wir haben nämlich kein Leben mehr. Ja, also kein Herzleben mehr. Ja, aber dann fangen wir wieder von vorne an. Ja, ich weiß. Das geht echt nicht so. Also rüberwerfen kann ich nicht so, oder? Wir beide sind so, wir beide sind solche Tödel. Lass mich runter. Warum? Lass mich runter. Und drück E und schieb. Ach so. Okay. Geht auch nicht. Ich habe gedacht, weil wir stehen ja dieses Mal direkt dran, wir können uns vielleicht schieben. Hä? Aber da ist nichts, was wir mitnehmen können. Fühlst du dich noch gut? So oft, wie ich dich dagegen geworfen habe? Ja. Krieg langsam Schädelbrummen. Aber wir haben die doch jedes Mal bis jetzt so umgeworfen. Oh mein Gott. Überleg. Was? Was machen wir falsch? Wirf mich. Nee, wirf mich von ganz hinten. Ach so. Wirf mich von ganz hinten. Und dann zeige ich dir, was wir falsch machen. Ach so. Die hat dich gemacht, oder? Ja, das kann sein. Juhu. Meine Fresse. Brains like. Ach so, wir wollen ja durchwaschen, ne? Okay, geht's nicht. Und tschüss. Wir dürfen bloß nicht beide reinspringen. Ich muss mich hochwerfen. Ich glaub, da komm ich. Es sieht aus wie ein Trampolin. Ich hab gedacht, das kann ich benutzen. Ich muss mich jetzt fangen. Mhm. Nein, das geht nicht. Okay, vielleicht brauchen wir... Wir müssen den Block holen. Ich würd grad sagen, lass mich ruhig ziehen alleine. Aber jetzt. Warte, ich wirf... Oder du wirfst mich hoch, wie auch immer. Ja, aber wir müssen den erst näher heranschieben, glaub ich. So, ich komme. Ach ja, so ist es. Oh, ups. Danke. Entschuldige. Aber wir müssen da hoch, ne? Glaub ich. Warum? Ich denke mal, wir werden den Block brauchen. Ich bin mir sogar relativ sicher, dass wir den Block brauchen. Komm mal mit. Genau. Wir müssen, glaub ich, da wieder ganz... Oder du springst hoch. Du kommst da nicht hoch. Mit deiner Wampel. Jetzt reicht's mir. Nein, nein, nein! So. Ja, und jetzt? Du bleibst drauf stehen. Dann geht's runter. Ja, passt doch. Groß machen, den kannst du alleine schieben. Wenn du groß bist, kannst du den alleine schieben. Sag ich doch. So, erster Block ist unten. So, und jetzt? Und zwar... Werf dich hoch. Und jetzt musst du dich, glaub ich, an das Rad daran hängen mit E. Scheiße. Was für ein Rad? Bring auf den Block. Da oben rechts, wo die ganzen Münzen hinführen. Ist das ein Rad? Ich glaub, das ist es eher... Oder so ein Jebel halt. Ah! Ne, du musst mich dagegen werfen. Weil dann kommt der Block runter. Hast du gesehen? Ah, grad eben nicht. Wir müssen, wir müssen da wieder hoch. Ja, okay. Ähm. Muss mich fangen. Wenn das geht. Ne, das geht nicht. Mach mich jetzt langsam wahnsinnig. Nimm doch den Block und schieb den weiter rüber. Ach so, meinst du? Ähm. Kann ich auch probieren. Upsa. Weißt du, wie so ein neugieriges Ding, was immer gucken muss und dann stirbt. Ja. Geht nicht. Ich bin zu klein. Hä? Ähm. Komm, wir probieren nochmal meine Taktik, dass du dich da ranhängst. Wie da ran? Ich kann mich da nicht ranhängen. Geht nicht. Ach so, hast du schon probiert. Ich kann es dir zeigen. Hä? Ach so, ich muss nach oben drücken. Ja, sorry. So. Upsa. Also so wie du springst. Da kann man sich natürlich nicht dranhängen. Ach so, ich muss dich erstmal wiederbeleben. Sonst kann ich mich nicht klein machen. Aber meinst du nicht, dass wir da einfach rüber können? Ne. Okay. Frage beantwortet. Ähm. Okay. Ich muss dich dagegen werfen. Das heißt, wir müssen beide hoch. Mhm. Ja, aber wir kommen doch über die linke Seite, kommen wir doch beide hoch. So wie gerade eben auch. Ja. Denk ich jetzt mal. Ah, du musst mich, ne, oder ich werf dich schnell. So. Zack. Werf ich dich hoch. Ich mach mich schlank. Und dann. Und dann geht's nicht weiter. Wie haben wir denn eine Wirtsplatte gemacht? Ich weiß, ich weiß, warum der Block da ist. Oh. Meine Güte. Manchmal liegt die Lösung direkt vor der Nase. Und... Du musst runterspringen. Oh. Egal. Macht nix. Ich werf dich nochmal hoch. Und jetzt kannst du mich nehmen. Nimm mich. Und wirf mich. Ich muss mich dick machen. Oh. 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 So du hast deinen Spaß, ne. Voll. So. Machst du dich dick oder ich dich? Ich mach mich dick. Ähm. Ich glaub, wir müssen das ein bisschen besser timen. Ja. Musst mich wiederholen. Achso. Steh da nicht so rum. So, jetzt wirf mich mal von hier oben. Dann hab ich... Hä? Aber du weißt, was ich mein, oder? Normalerweise... Nee. Ja, ist doch egal, wer von uns beiden sich dick macht. Ja, nee, ich mein jetzt mit dem... Dann mach du... Dann mach du den Wechsel, weil du weißt, auch wann du wirfst. Geht nix. Kann man den Block... Ey, aber den Block kann man ja nicht. Nee, den können wir da nicht hoch tun. Weißt du was? Wir springen... Nee, das bringt auch nichts. Probier's halt nochmal. Vielleicht müssen wir näher ran. Kann auch sein. Jetzt hat natürlich keiner von uns beiden gedrückt. Die nachfolgende Sendung verzögert sich um 30 Minuten. Klar, du springst da als dicker Mobs rüber. Wurde grad sagen. So, jetzt. Schmeiß mich und ich mach mich dick. Also, das war jetzt perfektes Timing und das geht nicht. Ich meinte eigentlich... Hier rüber. Ja, das können wir auch probieren. Aber du musst mich erst wiederholen links. Oh, scheiße. Mobs. Frauen. Deine Koordination ist einfach nur köstlich. Ja, geil. Einfach nur köstlich. Ich hab schon erwähnt, dass ich immer noch WASD drücke, oder? Warte. Lass mich runter. Runter drücken und eh drücken. Oh, Mann. Jetzt komm her. Beweg dein Bobbis hier rüber. Das gibt's nicht. Was ist das hier? Du scheiß blödes Drecksrad. Aber hast du mich jetzt... Nee, vielleicht muss ich... Ich war ja jetzt noch klein, oder? Hab ich jetzt nicht aufgepasst. Oh, Mann. Na, was machst du? Oh, ja, sorry. Du bringst mich völlig durcheinander mit deiner... Oh, Mann. Hallo? Hallo? So. Lass mich runter. Genau. Komm rüber. Ja, aber das ist ja so eine kleine Distanz. Wie willst du dich da dick machen? Probier. Los! Ja, ich hab beides gleichzeitig gedrückt und hat doch eigentlich gut ausgesehen, aber... Aber weißt du was? Hast du das jetzt gerade gesehen im Würfel nicht, gell? Nee. Ich hab langsam die Vermutung, dass du, wenn du dagegen prallst, wieder versuchen musst, zu mir zurückzuspringen. Und dann? Ja, weil das wirkt wie jetzt, wenn wir das Rad antreiben müssen. Also öfters der Gegner. Also öfters der Gegner. Ach so, meinst du? Ach so, meinst du? Naja. Ach Gott, wie kompliziert. Ich sag ja, das Spiel ist teilweise so anstrengend für den Kopf, ey. Voll. Ich bin jetzt schon nach der zweiten Folge völlig... Ach so, ich muss runter. Oh. Oh. Hm. Aber das geht nicht. Du kannst ja von dort nicht wieder zurück. Also wir können es mal probieren, aber... Aber ich muss mich ja dick machen, oder? Oder vielleicht klappt es auch mit klein. Ich werfe dich jetzt mal dagegen und drück dann mal gleich nach links. Ja. Tatsächlich. Das ist es wirklich. Meine Güte. Ja, und? Das passiert überhaupt nichts. Nein. Da passiert überhaupt nichts. Es dreht sich schon schneller. Wir müssen... Echt? Ja. Das ist mir nicht aufgefallen. Ach komm. Wir können es auch nochmal mit dick machen probieren. Ja, aber dann müssen wir dick und dünn und dick und dünn... Alter. Alter. Ich glaube schon, dass das so funktioniert. Naja, aber wenn es so jetzt geklappt hat, dann... Machen wir das trotzdem. Also bei mir schon. Jetzt komm schon. Ja, ich komm noch. Ey, irgendwas stimmt da, ey. Ich bin langsam echt angry. Mein Vögelchen, mein Vögelchen. Du, ich würde sagen, wir schauen doch jetzt mal im Off nochmal ein bisschen, weil jetzt haben wir auch schon wieder. 24 Minuten. Ja. Wir schauen mal, wie das jetzt geklappt hat und zeigen es euch drin. Ich brauche eine Aspirin. Oder sagen es euch in der nächsten Folge. Bis dann. Genau, würde ich auch sagen. Bis dann. Ciao. Ciao.